So, Agro-Freunde, hier wieder, Moment, hier wieder Sluxy im nächsten Level, diesmal besser gelaunt, weil ich geschlafen habe, so ungefähr 13 Stunden lang, weil ich ein bisschen krank war. Ja, jetzt haben wir hier Samstagmorgen und ich habe echt schon keinen Bock mehr auf den Hack, aber mit besserer Laune geht das Ganze viel schneller und jo, tschüss. Ähm, ja, machen wir weiter hier, ein paar Meter, schönen Pilz, ich freue mir einen Ast ab. Alla hopp, im schlimmsten, ne, den schlimmsten Hack der Welt hat mir gerade eben Legen, äh, 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 Player gezeigt, da kannst du aber den anderen Müll in die Tonne treten. So, Yoshi kann hier auf der, ah, okay, ich save lieber hier mal ein State. Dö, 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 Fall, doch, Uruna, du komisches Getier. La, 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 was gibt's hier oben? Ein Knilz! Und du hast es, ja, Flammenwerfer mich doch ab. Du hast das Ding weggeworfen, Ajakob. Nö, Leute, was ist denn jetzt hier? Ja, so blöd bin ich und berührt da jetzt so ein... Nein! Hilfe! Wo bin ich? Okay. Halt! Halt, halt, halt. Hast du einen Strumpf ab oder was geht denn mit dir? So. Wey! Oh, der war mal totally failed. Moment. Oh, verdammt. Na, aber ich hab ja ein Tier. Ein grünes Reitmauleseltier. Hey, cool durchgeglitscht. So. Ah, Gott sei Dank. Endlich geschafft. Okay, der Level war ja noch recht human, möchte ich meinen. Können wir auch ruhig mal ein State setzen. So, nächster Level. Let's see what... Ah, this is hot spring. Looks lovely. But be careful. Some areas of water will hot... Oh, 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 oh. Ja. Nein! Mir die hätte ich abflattern können. Fucking shit. Ach, ist das ein Grafikfehler jetzt oder ist das, was der gemeint hat? Von wegen heißes Wasser und so. Scheiße! Moment, kein FF machen jetzt hier. Ja! Ich hab ihn. So, Freunde. Jetzt will ich noch eine Stelle finden, wo ich rennen kann. Bei dem Müll. Yoshi! Ei, ei! Reit, Esel! Bleib hier! Komm, ich kann doch hier bestimmt oben drüber klitschen, oder? Jawohl. Verdammt! Das bringt einfach mal Null. Oh, das war jetzt ein Fehler. Ich muss hier wieder raus... Oh! Okay, wie mach ich das jetzt am ungeschicksten hier? Ins Date setzen. Der hängt zwar schon mit seiner Schnauze drin. Achso! Ich kann da drauf laufen. Ist ja cool. Also, weil es ist ja Yoshi. Der kann ja auf allem laufen, was ihm nicht wehtut. Fuck. Och, nö. Komm schon jetzt. So, hier mal ein State setzen. Ich möchte das Reitvieh natürlich behalten. Unterwassermusik gefällt mir nicht. Ein Gubbelblöd. Och, das habe ich ja jetzt mal überhaupt nicht gesehen. Das ist ja... Boah, Leute, die Scheiße ist ja richtig getarnt hier. So, warte mal. Oh, fuck. Achso, ich kann hier laufen? Na, dann ist ja okay. Dann geht's ja noch. Gubbel, guppel. Gubbel, guppel, guppel. Nein. 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 Ach, fuck. Ach, Leute. Nein. Das ist wieder so eine... Verdammte, eklige Stelle. Nein. Na gut, es ist halt alle zwei Meter. Ist ja jetzt nicht wahr. Warum springt der eigentlich nicht vom Yoshi ab, sondern Mario wird klein? Könnt ihr mir das mal erklären? Scheiß doch die Hände drauf. Meine Güte. Oh, jetzt tu nicht so, als ob. Oh, das ist ja eklig. Nein. 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 So. Du bleibst da. Na bin ich halt klein, in Gotts Namen. Solange ich das Reitmaul hier noch hab. Ja. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Nein. Ah, perfekt. In State setzen. Kann ich hier fliegen? Ah, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht doch... Scheiße. Nein. Nein. Na komm, jetzt aber. Oh. Hammerbruder Skaten. Okay. Okay, ganz langsam. Halftime. Halftime. Boah, da ist wieder so ein crazy Achmed. Yoshi! Hihi! Und es laggt. Oh, scheiße. Hier hab ich das letzte Mal ein Dings gemacht. Ah, scheiß. Die Wand an. Oh, scheiß. Jyoshiii. Mülltier bleib hier. Du quergeschissenes Arschloch. Nein, ich will die Stelle aber schaffen mit meiner Feder. Hallo. Hab dir dafür kein Verständnis? Da ist eine neue, gut. Alter, Hardcore-Nudity. Und er hat es geschafft. So, dalle. Weiter geht's. Burg Nummer 4. Ich freue mich wie ein Tier. Ach Gott, ich höre besser auf. Ah, Morgensternis. Und Hammer. Hammer, Dida, Hammer. So, hier wird erstmal gestainted. Lass mich raten, du blubberst sofort weg. Ja. Fuck. So ein Hörnchen da, hey. Nein. Gut. So, bis zum nächsten Mal. Euer Sluxy. Nein, verdammt von... Das war's, aus. Ich war's, auf. So, ich war's. Und, ich war's. Ja, ich war's. Ich war's, ja. Vielen Dank.